Der auf seinem Schleudersitz Befehle auszuführen, Brücken zu zerstören, die uns gar nicht gehören und nicht zu uns führen. Der auf dem Ministerstuhl, könnte er das Zittern spüren, könnte der auf dem Ministerstuhl das Zittern spüren. Würde er sich erschüttert rühren und aufhören, Befehle zu beschließen, Länder zu beschießen, die sich nicht drohen ließen und nicht kaufen ließen. Der auf deiner Fernsehcouch, könnte er die Schmerzen fühlen. Könnte der auf deiner Fernsehcouch die Schmerzen fühlen, würde er dann endlich aufwachen und aufhören. Die immer neu zu wählen, die Soldaten befehlen, Menschen zu vernichten, um Macht zu errichten. Die Schmerzen Die Schmerzen Untertitelung des ZDF, 2020